Ich sagte doch, ihr könnt hier nicht rauskommen. Dieses Schiff gehört jetzt mir. Herhören! Ihr kriegt täglich zwei Mahlzeiten und einen Toilettengang. Verhaltet euch ruhig. Denkt einfach dran, dass ihr sowieso nicht abhauen könnt. Noch jemand hier was zu sagen? Könnt ihr den Kahn steuern? Verhört ihr Bastarde! Was? Would you like to